Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung titelt So dick war Deutschland noch nie. Die Zahl der Übergewichtigen nimmt in Deutschland weiterhin zu. 59, also über die Hälfte der Männer, Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen sind übergewichtig. Herzlich willkommen zur Gesundheit mit Florian Sauer Und Andreas Paffra, deinem Podcast für ein gesünderes, vitaleres und glücklicheres Leben, Folge 11. Florian, worum geht's heute? Ja, heute geht's um das prägnante Thema, es gibt keine dicken Menschen. Okay, Florian, ich wusste es ja vorher schon und deshalb habe ich ein bisschen was vorbereitet. Jetzt pass mal auf. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung titelt So dick war Deutschland noch nie. Die Zahl der Übergewichtigen nimmt in Deutschland weiterhin zu. 59, also über die Hälfte der Männer, Prozent der Männer und 37 Prozent der Frauen sind übergewichtig. In der Altersklasse der Berufstätigen ist das Dicksein heutzutage so weit verbreitet, dass es keine Ausnahme mehr darstellt, sondern der Normalzustand ist, denn Männer sind besonders häufig zu dick. Am Ende ihres Berufslebens 74,2 Prozent übergewichtig, also knapp drei Viertel. So, wie war der Titel heute nochmal, Florian? Ja, es gibt keine dicken Menschen. Okay, also, keine dicken Menschen. Und wahrscheinlich willst du mir auch erzählen, dass die Äten nichts bringen. Ja, also stell dir vor, Fettabsaugungen sollen denn nicht sogar von den Krankenkassen übernommen werden. Ihr werdet euch umgucken. Ab 2020 sind die Kassen wahrscheinlich schon dafür mit den Ohren offen und unterstützen das. Das heißt, auf der einen Seite sorgt man dafür, dass die Menschen immer dicker werden und die Belastungen natürlich auch auffallen, das sieht man da draußen. Aber auf der anderen Seite kommen sie dann auch wieder und sagen, ach, wir helfen dir ein bisschen, deine Belastungen abzunehmen, dass keiner draufkommt, wo die Ursache ist. Also ganz wichtig ist erstmal, auch wenn es gerade witzig klang, es geht nicht darum, dass wir uns veralbern wollen über Menschen, die dick sind. Und eigentlich wollen wir auch gar nicht über dicke Menschen sprechen, sondern für dich ist dick sein ja etwas anderes. Und darum ist ja auch der Titel heute so, warum es keine dicken Menschen gibt. Warum denn, Florian? Genau, wir dürfen das Problem intellektuell nicht falsch verstehen. Dick sein heißt eben nicht, dass man schlecht ist, dass man falsch ist oder unattraktiv ist, dass man vielleicht nicht in die Zeit oder in diese Welt passt oder das mit der Natur nichts zu tun hat. Man muss verstehen, dass man das Problem, wenn es eins ist, auch selber lösen kann. Und dazu braucht man keine Diät. Also wir sprechen ja auch immer mal um Symptomverschiebungen. Es geht um die Ursachenfindung. Und wenn jemand sich zu dick fühlt oder auch wirklich klassisch zu dick ist, dann will er ja signifikant etwas verstecken. Deswegen füllt er sich ja auch im Äußeren. Nur keiner redet darum, was das im Äußeren wirklich ist, aus was das besteht und wie das zustande kommt. Also, dass es vielleicht Säuren sind, die verdünnt werden. Und da bespreche ich ja immer von dem Mülleimerprinzip. Mülleimerprinzip. Ja, keine Ahnung, was das ist. Kannst du bestimmt gleich mal ganz kurz erklären. Aber was ich bestätigen kann, ist, der Körper ist ein Meister darin, Gifte wegzuschließen. Ja, also wirklich der Körper versucht alles dran zu setzen, Gifte irgendwo unterzubringen, damit wir bloß nicht damit zu lange in Kontakt kommen. Ja, Andreas, du hast ja auch ein Haus, so wie wir. Und guck mal, wenn du jetzt Müll produzierst und das machst du ja, dann hast du ja eine Müllabfuhr. Du gibst es also an die Straße in der Mülltonne und das wird abgeholt. Einmal die Woche oder alle zwei Wochen die Mülltonne. Aber zweimal im Jahr gibt es zum Beispiel die Grobmüll. Und jetzt stell dir mal vor, durch irgendwelche Ursachen, die wir dann vielleicht noch erklären werden, kommt die Situation, dass die Müllabfuhr den Müll nicht abholt. Was machst du? Was mache ich? Wie meinst du das? Ja, wenn du Müll produzierst, du produzierst jeden Tag Müll, Säckeweise. Und die Müllabfuhr holt es nicht ab. Was machst du damit? Du hast da dein schönes Haus, ist ja alles schick. Du hast fünf Kinder, die haben ihre Kinderzimmer. Überall muss ja alles funktionieren in der Küche. Was machst du mit diesem Müll? Ja, irgendwann platzt es aus allen Nähten und da muss ich dafür Sorge tragen, dass er irgendwie doch mal rauskommt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich willst du jetzt auf irgendwelche Sondermaßnahmen hinaus. Nein. Das, was jeder macht. Du suchst dir entweder einen Raum, wo du es hinpackst, oder du schaffst ihn an die Grundstücksgrenze. Also an die Stellen, die am weitesten weg sind vom Herz. Deswegen kennen wir ja auch Durchblutungsstörungen. Wir kennen kalte Hände, kalte Füße. Aber wenn die Gifte oder was auch immer es ist, an die Stellen gebracht werden, die am weitesten weg sind vom Herzen, fallen sie irgendwann auf. Das heißt, an einem Grundstückskranz, wo die Schaukeln stehen und so weiter, entstehen Müllberge, die dann abgedeckt werden. Das heißt, die Auffälligkeit ist da, aber man sieht auch, der Andreas geht mit dem Müll um. Also der Körper reagiert, wie wenn er eine Schutzfunktion hat und sagt, naja, es kommen ja auch wieder bessere Zeiten. Und dann ändert sich das. Ja, genau. So lange, bis ich dann eine Amapur-Yoke-B oder Metabolic-Balanced-Diät mache und in einer Woche 4 Kilogramm im Schlaf verliere. Ja, genau. Und da könnte ich jetzt sagen, träum weiter. Das kannst du probieren. Da kannst du viel Geld bezahlen. Das wird dich nicht weiterbringen, außer die Sache noch verschlimmern. Ja, weiß ich nicht. Also so einfach. Wenn ich bei so einem Zeitschriftenregal gucke im Bahnhof, das sind ganze Wände, die voll sind, wo sich alles nur von bis um Diäten dreht. Also irgendwas muss ja dran sein. Ja, Andreas, wenn ich eine Bewerbung rausgebe, dann kriege ich Profilfotos, wo ich denke, wow, sind das alles schöne Menschen. Und wenn die dann zur Bewerbung kommen, sage ich, was ist mit dir passiert? Dann sage ich, was ist mit deinem Bewerbungsfoto? Und dann geht es immer, ja, das ist PowerPoint, das habe ich ja refreshed. Und dann sage ich, aber ich wollte dich eigentlich echt haben. Also so einfach ist es nicht. Andreas, im Körper gibt es einfach biochemische Abläufe, physikalische Eigenschaften und das sind die Naturgesetze. Und deswegen geht es immer technisch darum, wenn ein Problem auftritt, muss ich es erst mal bewusst, mir muss es bewusst werden. Dann muss ich es lösen, ich muss in eine Lösungsumsetzung gehen, ich muss es binden und ich muss es loswerden, also ausscheiden. Und bei Diäten wird immer nur gelöst, aber niemals gebunden und niemals ausgeschieden. Es wird niemals verbrannt und das heißt dann für uns, wir haben ein neues Problem. Okay, dann sag uns doch jetzt mal bitte, wie es dazu kommt, dass so auffällig viele Menschen heutzutage dick werden. Ich habe es ja eingangs vorgelesen, also es sind ja erschreckend viele und es werden ja immer mehr. Andreas, es fällt auf, wenn wir mal schauen vor 40, 50 Jahren, da wurden die in der Klasse geärgert, in der Schule, die dick waren. Und heute werden die gehänselt, die dünn sind. Weil alles das, was alle sind, ist auf einmal normal. Und wenn jetzt alle Menschen übergewichtig werden, bei 75 Prozent, fällt natürlich dann der schlanke Mensch natürlich dann auf, dann ist das wieder nicht normal. Es gibt jetzt dicke Models, die einfach auch im Standard der Zeit angepasst werden. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, das weiß ich noch früher, waren das nur Supermodels, also wirklich nur schlanke Gürkchen, die da ihr Playback gemacht haben. Willst du mal erzählen, dass du früher gute Zeiten, schlechte Zeiten geguckt hast, ja? Ja, ich habe auch Marienhof geguckt, aber red mal nicht drüber. Sehr schön. So, und heute wird wirklich auch bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten darauf geachtet, dass man, so wie man die Schaustelle auswählt, auch das dem Volk ist, dass man sich wiedererkennt, der Wiedererkennungswert. Aber irgendwo ist da auch so ein bisschen, ja, irgendwas nicht ganz echt. Und es gibt ganz klar Ursachen, das kann man überall beweisen, in jedem Labor, dass es einen Grund hat, warum Menschen zu dick wären. Nämlich, es kommt zu eigentlichen Stoffwechselstörungen. Das heißt, immer wenn ein Problem auftritt, reagiert der Körper. Er ist eigentlich perfekt und er hat ganz viele Mechanismen, uns zu schützen. Und in diesen Schutzfunktionen agiert er und geht in seine Reglements hinein. Das heißt, Andreas, wenn bei dir im Körper irgendwann mal was zu viel wird, dann hast du deinen Eimer, also deine Wassersäule, die kann erstmal voll werden. Weil der Körper hier immer mit einem Puffersystem, da kommen wir noch drauf zurück, das abpuffern kann. Aber wenn der Eimer überläuft, entsteht ja mehr Raum um deinen Körper herum. Da du ja deine Haut hast, die sozusagen diese ganze Zellgewebe zusammenhält, muss der Raum ja auch in Erscheinung treten, also in Masse. Das heißt, Schwellkörper entstehen. Aber wenn man die Schwellkörper auseinanderschneidet und schickt die ins Labor, dann sieht man, dass diese Schwellkörper aus ganz bestimmten Sachen bestehen. Ja, also Fazit. Unser Körper hat eine geniale Schutzfunktion, mit der er es schafft, Gifte wegzuschließen. Und wenn dann das mal klar wird, dann versteht man auch, dass der Körper niemals gegen uns, sondern für uns arbeitet. Das heißt, der Körper nutzt Fette, um Gifte wegzuschließen. Und was sind denn jetzt diese Gifte? Wenn ich es richtig sehe, Florian, sind das Kohlenhydrate. Es sind Kohlenhydrate aus einfachen Mehlen. Es ist Zucker, es können sein physikalische Belastungen, Toxine, Störfelder. Was noch, Florian? Also, es geht hier eigentlich um Schlacken. Es geht hier um Säuren. Die Schulmedizin sagt ja, es gibt keine Schlacken. Aber es gibt natürlich Stoffwechsel-Nebenprodukte, die Säuren sind, die der Körper, wenn er sie nicht ausscheiden kann, irgendwo einlagert. Das ist das Säure-Basen-Gleichgewicht. Davon hat jeder schon mal gehört. Das heißt, um Säuren auszuleiten, brauchst du Basen. Wenn mehr Säuren entstehen, also die Versäuerung der Zivilisation, eben auch durch physikalische Eigenschaften oder auch durch Schwermetalle, durch Stoffwechsel-Nebenprodukte, durch Stress, durch Salz und Zucker, das hast du sehr schön erklärt. Aber ich spreche hier auch um Geschmacksverstärker, Aromastoffe, Transfettsäuren, Spritzmittel, Narkosemittel, Impfungen. Die Menge an Kohlenhydraten, Stärke und Fuselalkohole, die immer wieder in Fetten eben eingelagert werden, auch verdünnt werden, in Salzen, mit Wasser eben in der Fläche vergrößert, aber dadurch in der Wirkung unschädlich gemacht, arbeitet der Körper also nicht gegen uns, sondern für uns. Ja, und wenn ich jetzt das verstehe, dann macht es auch gar keinen Sinn, dass ich jetzt eine Diät mache, weil dann zwinge ich ja in dem Augenblick den Körper dazu, ich sage mal, diese Fettdepots aufzulösen ein Stück weit. Die Gifte kommen raus, sie kommen in den Stoffwechsel irgendwie rein, wir bekommen Rückvergiftung. Und ja, das Ganze fängt wieder von vorne an. Sobald die Fette wieder da sind, sagt der Körper, jippie, endlich sind die Fette da, ich kann die damit wieder neutralisieren und wegschließen. Ja, das stimmt. Nur, Andreas, über Jahrzehnte langsam eingelagerte Gifte fallen überhaupt nicht auf. Das heißt, wenn du einen Schweinebraten mit Klöße isst, dann bist du ja danach nicht rückvergiftet. Oder fällst dann gleich um oder hast am nächsten Tag Fieber. Der Körper nimmt das zu sich, er verdaut es, er scheidet es auch aus. Aber Dinge, die ihr nicht kennt da drin, wie Aromastoffe, Glutamatik, Schmacksverstärker, lagert er in den Zellen ein. Dadurch vergrößert sich die Oberfläche, dadurch nehmen wir auch zu. Wenn du aber jetzt eine Diät machst, dann lässt du die Nahrung sozusagen weg. Du hast aber keine Energie, die kommt, überschüssige, um diese Säuren wirklich zu binden, zu transportieren und auszuscheiden. Das heißt, es entsteht eine konzentrierte Lösung von Giftstoffen auf einen viel kleineren Raum. Und sobald du dann wieder isst, kann der Körper dir ja nicht über eine lange Zeit wieder einlagern, sondern auf den Stoß innerhalb von 24 Stunden muss er irgendwie damit umgehen. Und das ist eine starke Rückvergiftung, die sich dann nervlich auslöst, Autoimmunstörungen auslöst, starke Rückvergiftungen auslöst, Neurodermitis auslöst oder natürlich Ausscheidungskrankheiten wie Renitis, Colitis, Opositäten. Du hast völlig recht, der Körper spricht also mit der Verdickung unseres Gewebes, mit den Wassereinlagerungen zu uns und je größer die Belastung für den Körper wird, umso größer wird der Verschleiß, umso größer wird das Leid und umso signifikanter wird auch das Erscheinungsbild der Person, dass Schwellkörper entstehen, die Lymphe dick werden, die Wassereinlagerung anfangen. Und das ist das Problem, der Körper muss mehr tragen, er muss mehr Leistung bringen und der Alterungsprozess geht voran. Okay, gut. Noch was? Eine Sache, eine Sache, die ist ganz wichtig. Und deswegen, man sieht auch dickere Menschen, die schwitzen sehr schnell. Warum? Wenn sie jetzt mal in die Treppe hochgehen, sie sind ja sehr verschlackt, das Blut ist dick, alles funktioniert viel schwerer. Dann schnappt der Körper nach Luft, das heißt die Lungenenergie geht hoch, weil der Körper ja denkt, dass er über den Sauerstoff die Kohlenhydrate, wird zu Kohlen Säure, abatmen kann, Kohlendioxid, so, rausbringt. Und da das aber nicht reicht, der Körper nicht genug Sauerstoff aufnehmen kann zu der Belastung der Schwere des Blutes, fangen die Drüsen an sich zu dreifach zu aktivieren und wir schwitzen sehr. Und dass der Schweiß bei dickeren Menschen auch riecht, ist ein Zeichen dafür, dass da sehr viel Gifte drin sind, also Säuren, also Schlacken. Denn Schweiß stinkt nicht, es sei denn Giftstoffe sind drin. Ganz wichtig zu merken. Okay, das heißt, der Körper nutzt im Augenblick auch das Schwitzen, um darüber auch Gifte wieder rauszubringen. Er entgiftet, ja klar. Okay, also es gibt ja eine ganze Menge Entgiftungsorgane, hast du gerade gesagt, also Atem ist eine Möglichkeit, die Haut ist ein riesengroßes Entgiftungsorgan. Der Dickdarm. Ja, der Dickdarm natürlich, die Nieren. Die Blase. Ja, sogar die Augen. Die Ohren. Ja, die Ohren, also Augen habe ich zum Beispiel nie gewusst. Augen, also wenn man mal ganz viel Käse isst, am nächsten Morgen macht man auf, die Augen sind total verklebt, dieser berühmten Sandmann-Krümel im Augen. Darüber schiebt der Körper offensichtlich dann auch wieder Gifte raus. Das ist total spannend. Über die Ohren, über den Ohrenschmalz. Die Bindehaut und auch über die Nase, der sogenannte Brotschnupfen oder die Verschleimung, Nasennebenhöhlen, sind alles Verschlackungserkrankungen und keine Erkältungen. Der Körper scheidet damit aus. Auch Zungenbelag oder Mundgeruch sind Ausscheidungen. Auch Zahnschmelzvereiterung, also Zahnschmelzangegriffene oder Zahntaschen, die vereitert sind, sind ja Ausscheidungen, weil der Körper ja hier Säuren ausscheidet durch die Übersäuerung auch in unseren Speicheln. Ja, das ist spannend. Also es gibt ganz viele Kanäle, wo man sich mit beschäftigen. Aber interessant ist jetzt letztlich, jetzt haben wir eine ganze Menge verstanden, aber was kann ich denn jetzt tun, um meinen Körper zu unterstützen? Also vorbeugend, beziehungsweise wenn ich sage, ich bin schon fortgeschritten, ich muss jetzt dringend was tun. Also was kann ich tun? Diäten sind es ja offensichtlich nicht. Also Diäten, das ist Quatsch, das kann man sich sparen. Man muss es selber machen, man muss es echt erleben. Als erstes würde ich es mir bewusst machen, Andreas. Sobald ich es weiß, kann ich mit der Sache anders umgehen. Ich kann es fühlen, ich kann mich beobachten. Ich muss mir also bewusst werden, dass ich nicht dick bin, sondern dass ich verschlackt bin. Dass ich übersäuert bin, aufgrund falscher Lebensweise über Jahre, was natürlich auch psychische Eigenschaften haben, Stress, emotional eating, also Leid, was kompensiert werden muss am Abend, auch mit schlechtem Essen, dieses Füllen, weil man ja im Inneren so viel Leere erfährt in der heutigen Zeit. Dann muss ich verstehen, dass das, was gelöst wird, muss gebunden werden und ausgeschieden werden. Das sind die drei Säulen der Gesundheit eines biologischen, gesunden Lebens. Und wenn ich mich da drin verschlackt sehe, dann muss ich durch diese Mechanismen hindurchgehen, dann muss ich mich etwas bilden. Dann ist es wichtig, dass ich einen höheren Energiegewinn bekomme. Das heißt, wenn jetzt das Problem der Verdickung die Säure ist und die Säuren mit der Base gebunden werden, dann brauche ich ab jetzt eine Nahrung, die mehr Qualität enthält und ein hohes Nährstoffpotenzial an Vitaminen, Mineralien, Antioxidantien, weil nur damit kann der Körper auch in Giften, Säuren binden und auch Ausscheidungsenergie erhöhen. Das habe ich durch eine basische Ernährung. Und das haben wir eben oftmals in der Nährung nicht mehr, die Nährstoffe. Deshalb muss ich dafür sorgen, damit der Körper eben sozusagen die Werkzeuge hat, um richtig arbeiten zu können. Dann müssen die Rotoren angesprochen werden. Das heißt, die Bewegung, damit das Lymphsystem mehr bewegt wird, dass die Blutgefäße besser durchblutet werden, dass die Venen durchgedrückt werden, dass hier auch Reinigungsprozesse entstehen. Das schaffe ich durch Bewegung. Also nicht nur Radfahren. Ich spreche ja auch von Gymnastik. Also Pilates, Yoga, Trampolinspringen oder was auch sportliche Sachen sind, sind zum Beispiel Schwitzen. Wie zum Beispiel durch Infrarotsanarien, also durch Saunagänge, wo der Körper sehr viel durch Tiefenwärme ausscheiden kann. Durch wechselwarmes Duschen, warm, kalt, wo die Zellen ganz weit zusammengedrückt werden. Natürlich auch, und das ist ein weiterer Punkt, die psychischen Ursachen zu finden. Also Leid in der Arbeit, Drohslosigkeit, keine wirkliche Selbstwertschätzung. Welche Aufgabe, welchen Mangel lebe ich, den ich fülle im Äußeren mit Essen? Und das nennen wir Emotional Eating. Aber das Allerwichtigste, Andreas, ist zu verstehen, dass wenn ich zu dick werde, dass auch mein Blut dick wird, dass meine Arterien sich immer mehr erweitern, dass meine Leber auch immer fetter wird. Die Haut, der Körper, das Spiegel des Inneren, innen wie außen, Spiegel- und Schattengesetze. Dass die Leber verfettet, dass unsere Zellen verstopfen, die nicht mehr atmen können, unsere Haut verschleimt, sozusagen. Und dass ich diese Sachen ja auch in Bewegung bringen muss, weil diese Zellgifte sonst im Körper dafür sorgen, dass wir Zellsterben haben. Das heißt, es kommt zu einem anaeroben Milieu. Ja, und wir werden älter und nicht jünger, sondern auch äußerlich sichtbar und schöner. Und da spreche ich. Ich spreche ganz klar hier effektive Entgiftungskuren an. Also keine Diäten, sondern eine Entgiftungskur, in der du in relativ kurzer Zeit, vielleicht auch ohne Urlaub, etwas machst, was die Sachen komprimiert, löst, bindet und ausscheidet, ohne dich rückzuvergiften. Das heißt, du trainierst einen Vorgang, der alle deine Ausstellungsorgane öffnet. Die Schleime, den Gestank, den Eiter, das alte Blut, den alten Kot, auch Parasiten und was so an Nestern da ist im Körper, ausgeschieden wird. Auch die überschüssigen Salze ausgeschieden werden. Die Fette, die alten Eiweiße, die verbrannt sind, rauskommen und du dadurch Erleichterung erfährst. Ich würde das Zellrecycling nennen. Und das machen wir ja immer schon mit den Fasten, mit den ganzen Entgiftungskuren bei uns zu Hause und online, Andreas. Genau. Dazu gibt es ja am 12. Februar auch wieder ein Live-Webinar von uns, wie du in fünf Tagen deine Selbstheilungskräfte aktivierst. Also, falls du das hörst und du Interesse daran hast, dann schau das doch gerne an, melde dich an. Das kannst du, wenn du unterwegs bist, über SMS machen, indem du eine SMS schickst an die deutsche Nummer 01771 789 317 mit dem Stichwort Selbstheilung und Leerzeichen, danach deine E-Mail-Adresse. Das Ganze gibt es auch nochmals als Information in den Infos, Telefonnummer und Stichwort. Und parallel kannst du das Ganze auch per Link machen, indem du draufklickst und dich über die Internetseite anmeldest für das Live-Webinar. Alle Infos dazu, wenn du dir das YouTube-Video hierzu anguckst, dann ist es eingeblendet. Und sonst findest du es unter dem Video bzw. in den Infos oder in den Shownotes auf grün-und-gesund.de, wo es ja zu jedem Podcast auch immer einen Blogartikel gibt. Ja, damit ist das Wichtigste gesagt. 12. Februar, wie gesagt, findet das Live-Webinar statt 2019. Und Florian, jetzt haben wir eine ganze Menge gelernt. Mir fällt jetzt noch ein Schlusswort ein, Andreas. Ja, bitte. Guck mal, wenn wir die Natur nehmen als Spiegel, aus der wir herkommen, wir sind ja keine Roboter, wir sind auch keine Multitasking-Iphones. Wir sind Menschen aus der Erde geschaffen und wir gehen zur Erde zurück. Und wenn ich in die Natur schaue, ich habe in der Wildnis, in der ich lebe, hier in Haselbach, mitten im Wald, noch nie in meinem ganzen Leben, in meinen 38 Jahren, ein dickes Reh, einen dicken Fuchs oder einen hyperdicken Igel gesehen. Es gibt nur diese Rehe und die Hirschel, die sehen immer jedes Jahr gleich aus. Aber sobald ich bei uns in den Zoo gehe und sehe dort ein Reh, sage ich, was ist mit dem los? Das ist doch nicht normal. Es sieht nicht aus wie die Rehe bei uns im Wald. Warum? Denn sobald irgendetwas aus der Natur mit dem Menschen in Verbindung kommt und es dann mit Fast Food in Verbindung kommt, mit denaturierter Nahrung, verarbeitenden Lebensmittel und da die Energie sich verliert, verliert sich auch die Energie des Körpers richtig zu funktionieren. Und deswegen ist es auffällig, dass es in der Natur keine dicken Tiere gibt, weil es keine verschlackten Tiere gibt. Und das sollte uns zu denken geben. Ja, noch viele andere Krankheiten gibt es dort nicht. Aber wie du schon sagst, sobald die Tiere in der Obhut der Menschen sind, dann passiert eine ganze Menge und da guckt man an, die Pferdekliniken, die Hundekliniken, was weiß ich, alles sind alle voll mit Krankheiten, die es eigentlich nur bei Menschen gibt. Ja, aber bei den Tieren gibt es die eben auch. Naja, gut. Also, wir haben heute gelernt, warum es keine dicken Menschen gibt, sondern eigentlich nur Verschlackten. Das war es für heute bei der Gesundheit. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön an dich, Florian. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und zuhörst. Wir sagen bis dahin, dein Andreas Paffrat und dein Florian Sauer. Bis dahin, wir hören uns. Tschüss. Ciao.